Herzlich Willkommen! Mein Name ist Barney Mieschke, ich bin Professor an der FOM-Hochschule in München. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der präsumtiven Ebene meines 4x3-Kaufentscheidungsmodells. Die präsumtive Ebene beschreibt die Umstände, die es einem Produktangebot erst ermöglichen, Gegenstand eines Kaufprozesses zu werden. Ausgangspunkt dieser Ebene ist die Zielgruppenerfassung, als Ausdruck des unternehmensrelevanten Gesamtmarktes. An wen richtet sich das Produktangebot? Diese Frage mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, ist jedoch von essentieller Bedeutung. Denn je besser die Zielgruppe beschrieben ist, desto besser kann das Unternehmen seine Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen auf diese Zielgruppe ausrichten. Die Zielgruppe lässt sich über folgende Dimensionen charakterisieren. Über geografische Merkmale, wie zum Beispiel den Wohnsitz, soziodemografische Merkmale, wie etwa Alter oder Geschlecht, psychografische Merkmale, wie zum Beispiel wertmäßige Einstellungen oder der Lebensstil, und verhaltensbezogene Merkmale, wie etwa Konsumgewohnheiten. Über die Zielgruppenerfassung bestimmt sich auch die Größe des unternehmensrelevanten Marktes. Folgende Fragen stellen sich. Welche Kundenkreise kommen grundsätzlich für das Produktangebot in Frage? Welche theoretischen Absatzzahlen können durch die in Frage kommenden Kundenkreise veranschlagt werden? Was ist also das Absatzpotenzial? Welcher theoretische Umsatz lässt sich hierdurch herleiten? Was ist also das Umsatzpotenzial? Und wie verhält sich das tatsächliche Absatz- und Umsatzvolumen im Vergleich zu den Potenzialen? Wie verhält es sich also mit der Marktausschöpfung? Diese Überlegungen zur Zielgruppe begründen die Ausgangslage des Kaufprozesses, da hierdurch der Käufer definiert und soweit möglich vom geplanten Geschäftsvolumen her eingeschätzt wird. Ist die Zielgruppe bekannt, geht es nun darum, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Insbesondere geht es hierbei um die Frage, über welchen Werbeträger die Zielgruppe am effizientesten erreicht werden kann. Nehmen wir als Beispiel ein neuartiges Fitnessgerät zur Nutzung daheim. Von seiner Funktionalität her richtet sich dieses Gerät in Deutschland an einen Personenkreis ab 50 Jahren, der sich seine Beweglichkeit erhalten oder wiederherstellen möchte und hierzu bereit ist, täglich etwa eine halbe Stunde zu investieren. Der oder die gewählten Werbeträger sollten eine möglichst hohe Zielgruppenaffinität haben. Das heißt, es werden möglichst viele potenzielle Kunden und möglichst wenig Nichtkunden erreicht und somit möglichst geringe Streuverluste verursacht. Der Tausender-Kontaktpreis gibt in diesem Zusammenhang an, welche Kosten für die Werbeschaltung nötig sind, um entweder 1.000 Personen allgemein oder auch 1.000 Personen aus der definierten Zielgruppe zu erreichen. Die Werbeträger können ganz unterschiedlich sein. Von klassischen Printmedien über Plakatflächen, Postfondsendungen und Messeständen bis hin zur Nutzung neuer Medien und sozialer Netzwerke ist alles möglich, was den werblichen Kontakt zwischen Produktanbieter und Zielgruppe herzustellen vermag. Ist der Werbeträger gewählt, geht es darum, über diesen Werbeträger das Werbemittel zu transportieren und dem Kunden einen Sinneskontakt zum Werbemittel zu ermöglichen. Dieser ist meist visuell und oder akustisch, kann aber zum Beispiel bei Parfumproben auch olfaktorisch oder bei Essenshäppchen einer Probeverkostung gustatorisch sein. Egal wie der Sinneskontakt nun stattfindet, sollte immer darauf geachtet werden, dass der entsprechende Sinneskanal auch verfügbar ist. Je nach Werbeträger bezieht sich eine solche Platzierung auf räumliche und zeitliche Festlegungen. Läuft ein Fernsehspot für ein Kinderspielzeug beispielsweise spätabends, wird zwar ein Teil der Eltern erreicht, jedoch nicht die eigentliche Zielgruppe der Kinder. Je nach Werbemittel gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen bezüglich der Platzierungsaspekte. Bei Anzeigen in Printmedien gilt es beispielsweise, die Größe und die Seitenplatzierung zu beobachten. Bei Werbespots in Fernsehen oder Radio ist die Sendezeit und das redaktionelle Umfeld von besonderer Bedeutung. Und bei digitalen Auftritten spielt beispielsweise die allgemeine Anmutung und die intuitive Funktionalität eine Rolle. Wie kann ich als Praktiker nun den Erfolg meiner Mediaplanung gestalten? Im Grunde ist dies recht einfach. Schauen wir uns die drei Phasen der präsumtiven Ebene noch einmal an, mit Bezug auf das eingangs erwähnte Beispiel. In dem Beispiel werden als Zielgruppe für das neue Fitnessgerät 500.000 Personen angenommen. Beworben wird dieses Produkt über die Werbeträger Fernsehen und Publikumszeitschriften. Gemäß den reichweiten Statistiken der gewählten Werbeträger sollten sich im Rahmen einer Werbekampagne 80% der Zielgruppe, also 400.000 Personen, erreichen lassen. Von diesen 400.000 Personen, die einen Werbeträgerkontakt hatten, haben 50% auch tatsächlich das Werbemittel wahrgenommen, indem sie die Ausstrahlung der Fernsehwerbung oder die Anzeige in der Publikumszeitschrift gesehen haben. Diese Zahl kann beispielsweise durch Stichprobenbefragungen bei den Personen mit entsprechendem Werbeträgerkontakt ermittelt werden. Von meiner ursprünglichen Zielgruppe von 500.000 Personen sind nun noch 200.000 Personen übrig. Mit Abschluss der präsumtiven Wirkungsphasen sind nun die Voraussetzungen für eine weitergehende Verarbeitung der Produktwerbung geschaffen worden. Bei diesen im Beispiel angeführten 200.000 Personen setzen nun affektive Aktivitäten ein. Was dies bedeutet, erfahren Sie in unserem Video zur affektiven Ebene des 4x3 Kaufentscheidungsmodells. Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden Sie zudem in meinem Lehrbuch zum Thema entscheidungsorientiertes Management. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und beruflich viel Erfolg beim Anwenden.